Liebe Träder, es ist Montag, der 22. April 2024, mein Name ist Dirk Legan und ich begrüße euch zu unserem heutigen Loro-Monday-Meeting. Von euch die Rückmeldung Bild und Ton in Ordnung. Danke an euch. Heutiges Thema, The Birdstone Ladies. Und zwar ist das ein Buch, was 1996 erschienen ist mit dem selbigen Titel. Ich lese das mal vor, ist ein bisschen schlecht zu lesen hier, aber ich nehme am besten erstmal ein Zeichenwerkzeug. Also The Common Sense Investment Guide. Und da drunter kommt ein Bild, machen wir eh gleich nochmal. How to beat the stock market and how you can too. Also wie wir den Stock Market geschlagen haben und wie du das auch machen kannst. Und da drunter, das ist ganz schlecht zu lesen, da steht da nochmal 23,4 Annual Return. Das klingt ja schon mal klasse. Das ist ja das hier auch im Titel. So, bei mir steht da immer noch ein Fragezeichen hinter und da werden wir heute drauf eingehen. Hier kommt noch eine Anmerkung von Mario Buch. Habe ich damals auch gelesen, aber viele schon vergessen, wer Börse so einfach ist. Warum habe ich nur nicht genauso gemacht. Genau, das wird sich später auflösen. Bitte kein Spoiler. Also kein Spoiler-Alarm von euch. Die, die das schon kennen, hat da auch gerade eben jemand in der Skype-Gruppe gepostet. Also da kommen wir noch drauf. Bitte nicht spoilern. Für die, die das nicht kennen, ist das ja durchaus interessant. Also eine alte Story. 1996 ist das passiert. Haben sich hier 16 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 70 Jahren zusammengetan zu einem Investment-Club. Die Anregung war, dass man sozusagen, ja, man war halt tired, also müde letztendlich selber zu Banken zu laufen. Da macht man halt seine schlechten Erfahrungen, wie ich das selber im Verwandtenkreis erlebt habe, als ich dann einige Investment-Ideen seitens Sparkassen mir angeguckt habe. Zu der Zeit wahrscheinlich auch sehr schlecht. Also die waren müde letztendlich, das von anderen machen zu lassen und haben sich zu einem Investment-Club zusammengeschlossen, um eben selber Geld anzulegen, beziehungsweise gemeinsam diese Entscheidung auch durchzuführen, was sie dann machen. Ob die das jetzt alles auf einem eigenen Konto gemacht haben, ob das scheint so zu sein, heute ist das wahrscheinlich problematisch. Also das sogenannte Bullying von Money in Investment-Clubs ist eigentlich, wird, ist zumindest nicht erlaubt. Wir haben ja beim HTTA ganz am Anfang, als wir unseren Verein, dass dieser Hamburger Verein, als wir den angemeldet haben, auch immer das Problem, dass wir den klar machen wollten, wir wollen es nur austauschen über die Börse, aber nicht gemeinsam irgendwie Geld anlegen. Das ist immer ein bisschen problematisch, aber stellen wir uns mal einfach mal in den Raum. Die eigenen Investment-Club gegründet haben die Damen hier und gestartet sind die 1983 und der Deal war monatlich, also erstmal hat jeder eine Startposition von 100 Dollar reingelegt und monatlich 25 Dollar. Das war so zumindest am Anfang die Vorgabe und ja, in dem Buch geht dann, was ich interessant finde, da kommen wir später noch drauf, also die haben dann zum Beispiel so eine Wall-Markt-Analyse gemacht. Also erstmal kommen sie aus einem Kaff, das habe ich noch erwähnt, dieses Burstown, liegt in Illinois und ich glaube, das spreche ich nicht ganz richtig aus, ein bisschen problematisch, das auszusprechen, aber anyway, so 6.000, nicht ganz 6.000 Einwohner heute und ja, kleinerer Ort und da haben sich da halt diese ganzen Ladies zusammengefunden. Und dann haben sie eine Analyse gemacht, da scheint es einen Wall-Markt zu geben und haben sie eine Analyse gemacht, wie das zum Beispiel mit den Parkplätzen ist. Also ist der Laden gut besucht und haben das verglichen mit Karmart, das ist so ein Progrenzunternehmen, ich glaube, das gibt es heute auch noch und ja, ich bin zum Ergebnis gekommen, dass Wall-Markt ein ganz gutes Investment ist. Dann gab es auch noch so ein Szenario, dass also hier so einer so einen Herzschrittmacher bekam und das wurde von Medtronix vertrieben und dann haben sie sich eben mit den Sachen auseinandergesetzt, von denen sie selber berührt werden oder was sie eben aktuell interessieren. Das finde ich erstmal richtig, aber auch das kommen wir noch in der Zusammenfassung drauf. 1984 bis 1993, als dann das Buch rauskam, die Daten waren dann 23,4 Prozent per anno und was Ergebnis war, dass die über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurden, die Damen. Wir können ja auch erstmal nochmal auf die Fotos gucken, damit ihr mal so einen Eindruck kriegt. Also es gibt hier dieses berühmte Bild von denen, ich mache das mal größer, da seht ihr hier die, die sehen alle irgendwie ähnlich aus, aber was sie in der Hand halten, das sind alles Geldscheine, das Bild natürlich nicht allzu scharf, eine andere Zeit. Anyway, also die 16 Damen hier, ich weiß noch nicht durchgezählt, aber sagen wir mal was, 16 Gründungsmitglieder, die da losgelegt haben und die wurden halt extrem bekannt, weil, also diese 23,4 Prozent ist ja ein guter Wert über einen Zeitraum hier gemessen von, dann gehe ich nochmal zurück auf die Folien, Moment, also was haben wir denn hier, von 84 bis 93, also 10 Jahre, 23, das ist schon mal ein guter Zeitraum, wo man das erreicht, so und das wurde natürlich dann bekannt und die sind dann, waren dann auf Investment Events in Brasilien, Deutschland auch und England, Deutschland waren sie auch irgendeiner Talkshow, also natürlich nicht alle, sondern immer noch ein Teil, die sind also dann bekannt geworden, sind über die Welt getingelt und haben dann ihre Modelle vorgestellt, waren also ganz viel zu der Zeit auch unterwegs, waren also extrem bekannt und ja, aber es kam dann, also wie gesagt, das erschienene Buch hier, 96, das ist erstmal eine schöne Geschichte, weil natürlich jeder denkt, wow, da treffen sich da so völlig, ja, Frauen zusammen, 16 Frauen, ne, die haben immerhin mehr als 1000 Jahre Lebenserfahrung und dann kommt da so ein toller Performance-Wert mal raus und das ist dann schon so, artete zum Teil dann eben auch so eine Art Guru-Szenarien aus und das war natürlich erstmal, was aber natürlich geschehen, das ganze Ding war natürlich nicht richtig, ne, das war im Prinzip ein Fake, ne, ob bewusst oder unbewusst, das konnte ich aus der späteren Literatur nicht genau rausbekommen, also 1998 erschienen Artikel von Shane Tritsch, ähm, Bull-Marketing, Marketing, Debunking, the Mood of the Birdstorm, Ladies and the Spectacular Stock Market Gains, also da hat er das auseinandergenommen, also was war passiert, also ganz einfach, was die nicht gemacht haben, ist, dass wir sie mal eingezahlt haben, das haben sie mal als Gewinn genommen, das war der ganze Trick, also war noch ein paar andere Unstimmigkeiten in der, sagen wir mal, freien Buchführung, dass sie letztendlich dies eingezahlte, was sie monatlich einzahlen, dann immer schon als Gewinn genommen haben, ne, also noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ob das jetzt von den Mädels bewusst oder unbewusst gemacht, also entweder war es ein Fehler, den sie wirklich, ja, nicht, also nicht verstanden haben, da, oder eben, sie haben es bewusst gemacht, dann ist es natürlich eher so ein Deepfake, aber anyway, also real kam dann adjustiert raus, waren das 9% und das war zu dem Zeitraum sogar geringer als der Dow. Oh, die, diese kurze Geschichte ist deswegen für mich, also mehrere Aspekte, die ich da sehr interessant finde und wenn jemand das nicht kennt, ist das für denjenigen auch interessant, ich kenne erstmal eure Anmerkung hier, ähm, 7,4 sogar, ne, vielleicht sogar, also vielleicht bezieht sich das hier real, also es war weniger, das stimmt, ich glaube, das war tatsächlich 7,4, das kann gut sein, ne, also das habe ich auch, das ist, glaube ich, hier falsch, was ich hier aufgeschrieben habe, 9% ist, glaube ich, eher der Dow, bezieht sich auf den Dow, das ist hier falsch formuliert, das müssen wir nochmal nachprüfen, auf jeden Fall geringer als der Dow, ne, ähm, Drawdown wäre natürlich interessant zu sehen, was hatten die für ein Drawdown, aber da sie ja auch nicht richtig dokumentiert haben, lässt sich das natürlich auch schwer entnehmen, ne, müssen wir nochmal in diesen Artikel reingucken, aber der Aufwand lohnt sich letztendlich nicht, was an der ganzen Geschichte interessant ist und da sind wir eigentlich schon beim Fazit, das ist heute ein kurzer, kurzer, äh, kurzes Thema, finde ich aber trotzdem interessant, äh, Benchmark war bei 9, genau, davon gehe ich auch aus, die Benchmark Dow war 9% und die Habanen lagen irgendwie bei 7,4, ich glaube, das ist richtig, ja. Okay, ähm, was natürlich krass peinlich war für die Branche, ne, dass vor allem, für alle die öffentlichen Medien, dass so jemand, oder die Gruppe hofiert worden ist und dass man es in keiner Weise nachgeprüft hat, ich glaube, das ist auch so etwas, was sich nicht nur in diesem Investmentclub, sondern bei ganz vielen anderen eben auch sozusagen als nicht rote Linie oder schwarze Linie irgendwie durchzieht, es wird nicht genau überprüft und macht nie da einig, haben die wirklich diese Performance, haben die wirklich diesen Erfolg, deswegen entstehen ja auch mal diese Gurus, ne, und dieses Bild hier, was wir, glaube ich, noch aufhaben, ne, das erinnert schon so ein bisschen an die klassischen YouTube-Videos oder, oder Reels oder, oder TikTok-Videos, ne, also nicht jetzt, wo man dann irgendwie seinen Ferrari zeigt, seine Kohle zeigt, ne, und, und die Leute alle heiß macht, ne, das hat ja auch wirklich geklappt, diese, diese Performance-Zahlen hat natürlich dazu geführt, dass die wahrscheinlich auch ganz gut verdient haben, denen die rumgefahren sind und natürlich auch die Bücher, die Bücher, mal vergessen zu sagen, war natürlich eine Riesenauflage, wurde gut verkauft und selbst als das aufflog, haben sie, glaube ich, noch dieses Buch hier verkauft, ne, also, hat sich gelohnt für die sicherlich da über das Marketing, da Werbung für sich zu machen und, ja, aber das ist nicht das Einzige, worauf ich hinaus wollte, also, das ist eine interessante Geschichte, denke ich mir, so, da wollte ich hin, also, erst mal ganz, ganz irre natürlich bei der Geschichte ist, dass die Medien da so anspringen, ne, nicht mehr wunderlich, aber das ist der Klassiker, das ist ja nicht nur in heutiger Zeit, wird alles irgendwie, ja, ohne Controlling einfach blind übernommen und wenn da ganz viele drüber schreiben, dann wird das als gegeben hingenommen, ne, also, das hat also geklappt, ne, wir könnten im Prinzip den Versuch heute auch nochmal starten, wir gründen einen Investment-Club, posten dann irgendwie so eine Performance und lassen es dann gut gehen, ne, also, das ist, denke ich mir, heute genauso noch möglich und vielleicht sogar noch leichter möglich, weil die Leute ja, glaube ich, mittlerweile noch mehr durch medial verblödet sind und, naja, vielleicht auch dran gewöhnt sind, ständig irgendwelche Fake News dann, naja, aufzusitzen. Also, die Frage ist, wie konnte das passieren? Denke mir, das ist heute auch noch möglich, ne, aber was trotzdem interessant ist, was erstmal, fand ich das gut, dass jemand erstmal gesagt hat, hey, ich mache selbst, ne, also, ich muss nicht zu einer Bank laufen, gut, ich weiß nicht, was die da vorher gemacht haben, das stand auch ein bisschen in dem Buch, bin dann ein bisschen überflogen, hab das recht schnell gelesen, aber erstmal natürlich die, die, was wir natürlich alle wissen, ne, als Träder, das ist klar für uns, aber erstmal, Träder selber. Ich hab also eine Zeit lang für jemand eine, ja, private Beratung gemacht für Geldanlage und zwar hatte diejenige auch eine ältere Dame, auch so dieses Alter, die hatte immer dann, wenn ein Enkel bei ihr, ja, ihren Stand, wollte ich schon sagen, also auftauchte, dann hat sie, jetzt ist sie zu ihrer Sparkasse auf einem Dorf gelaufen, da gab es noch eine Sparkasse und hat gefragt, was gibt es denn für Geldanlage, weil ich möchte für meinen Enkel, ne, was anlegen, der soll sich freuen, wenn er 18 ist, also eine monatliche Anlage, keine Einmalanlage, sondern monatliche Anlage und, ähm, also, ich glaube, sechs Enkel und sechs unterschiedliche Produkte, die wirklich alle wirklich gruselig waren und eigentlich schon bos hab von dieser, ne, Standard-Sparkasse Deutschland war, ne, also, das ist natürlich, jeder macht da seine Erfahrung, ich hoffe, dass mehr Leute über diese Erfahrung sprechen, ne, wir als Träder haben natürlich eine andere Sicht auf die Sache, aber trotzdem ist es schon erschreckend, dass die Banken mit solchen Schrottprodukten durchkommen, ne, und dass es dazu führt, ja, dann trete ich doch lieber selber, selbst wenn ich nur sieben Prozent oder die sieben Vier, ne, dann ist die Frage, ob man damals überhaupt diese Produkte gehabt hat, ne, also irgendwie so ein ETF auf dem DAO, da sicherlich nicht, aber, ähm, irgendwelche anderen Möglichkeiten, aber hin, selber so etwas, ähm, man lernt dabei, finde es auch sehr gut, diese Schwarmintelligenz, dass man also nicht sagt, hey, ich mach es nicht, ich setze mich nicht nur alleine hin, sondern ich nutze da sozusagen die Schwarmintelligenz zur Definition, was ist damit gemeint, eine Form der kollektiven Lernens und der Entscheidungsfindung, ne, dass man also Gemeinschaft auf der Grundlage die zentraler selbstorganisierte Systeme, das ist die Definition, das finde ich aber ganz gut, ne, das ist immer natürlich die Frage, ob man wirklich in der Gruppe eine bessere Entscheidung trifft als alleine, ne, das ist hier diese, dieser Forschungsbereich, aber ich finde das trotzdem eine ganz gute Idee, mehr Erfahrung, ne, überlegt mal, das sind über tausend Jahre Erfahrung, was die Damen da gehabt haben und vor allem, man hat dadurch ein Controlling auch, ne, also wenn jemand sagt, hey, Walmart ist eine coole Idee, ne, lass uns doch mal die Parkplätze da beobachten, das finde ich einen richtig guten Ansatz, ne, also selber mit offenen Augen durch die Welt laufen, sich überlegen, was kann man, kann man da irgendwas ableiten fürs Trading, ich habe das auch sehr viel gemacht und ich werde darüber auch noch ein eigenes Monday-Meeting zu dem Thema machen, wollte das eigentlich zuerst zusammennehmen, aber das wäre dann vielleicht ein bisschen lang geworden, also ich habe das aufgeteilt, da werde ich demnächst nochmal ein eigenes Video zu machen, also gut finde ich, wirklich selber zu beobachten, im Team so etwas auch zu machen, finde ich sehr interessant, wird wenig gemacht, finde ich, oder zu wenig gemacht, natürlich gibt es ohne Ende Investment-Clubs in Deutschland, soweit ich mich erinnere, also wir hatten, ich war auch mal bei einigen Veranstaltungen, die waren aber so schlecht, ich erinnere mich, was war das, Itzehoe, dann gab es noch irgendwo anders noch einen, wo ich meine, da war, war eine Veranstaltung, die war aber vom Ergebnis und inhaltlich waren die wirklich Banane, aber der Ansatz ist gut, aber dann eben, was der Fehler war bei diesen sogenannten großen Börsen-Clubs, die es in Deutschland da gibt, dass man da doch letztendlich wieder Geld einsammelt und machen lässt, das sind also irgendwelche Leute, die treffen die Entscheidung, nicht die Mitglieder bringen sich da ein und ich denke mir auch, irgendwann sind diese Clubs auch zu groß, dann geht das auch gar nicht, also man braucht da auch, da gibt es auch Untersuchungen hier beim Thema Gruppen, Entscheidungsfindung, dass es da auch Größen gibt, die das begrenzen, ein Team darf nicht zu groß sein, dann führt das nicht zu einem Ergebnis, natürlich zu klein auch nicht, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich finde das eine gute Idee da, dass man solche, ja, auch mal drüber nachdenkt, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, hier kleinere Teams zu bilden, die sozusagen auch das, ja, selektieren von Trading-Ideen vornehmen und natürlich Controlling, ganz wichtig, in der Gruppe hat man dann immer noch irgendjemand, der sagt, hey, was machst du da eigentlich für einen Mist, ne, hast du darüber mal nachgedacht oder jenes, ne, und was eben auch in diesen Beispielen wichtig ist und das finde ich auch sehr gut, ne, was du selbst verstehst, ne, und nachvollziehen kannst, ne, nochmal dieses Beispiel Walmart und Medtronic, dass man also wirklich einfach beobachtet und guckt, ja, ist das irgendwie, ne, die Möglichkeit, wir haben das viel ausgenutzt, wir haben viel, sind wir damals, als wir in Hamburg im Team waren, viel rumgelaufen, haben uns Sachen angeguckt, haben uns überlegt, ist das irgendwie, ist das ein Unternehmen, was, ja, Zukunft hat, um das einfach auszudrücken, da kann man selber sich Gedanken machen, ne, man hat es relativ leicht, in vielen Bereichen zu gucken, ne, oder einfach rumfragen, ne, wenn ich also bestimmte Sachen wissen möchte, ne, diese Woche glaube ich ja noch Netflix, nee, Netflix hatte, ne, als Beispiel, ne, da kann man wenn wir nur gucken, ne, wird da mehr geguckt, ne, gucken die Leute mehr, ne, in diesem Fall, ja, die hatten da nur einen schlechten Ausblick, aber vom Prinzip her kann man eben sich selber vieles erarbeiten, dafür braucht man auch nicht irgendeinen Analyst, ne, weil da steckt nicht umsonst das Wort Anal drin, also Analyst ist für den Arsch, um das, sorry, warum, ihr wirst nicht rausgeschnitten jetzt, oder bei YouTube gesperrt, also das taucht überhaupt nichts, da, das wissen wir, da gibt es Statistiken ohne Ende, ne, das kann man auch alles selber machen, ne, man braucht keine Gurus, man braucht keine Leute letztendlich, die haben da nur das Geld letztendlich, oder sagen wir mal, die Arbeit kostet ja dann auch zusätzlich, wenn ich irgendwelche anderen Leute beauftrage, ne, also als Ergebnis machst du dir selbst. Gut, das war es im Wesentlichen heute, also ich wäre, wie gesagt, eine Überleitung zu einem anderen Monday-Meeting, wo ich meine eigenen Beispiele aus meinem Leben mal zeige, wo ich, ja, guten Riecher hatte, beziehungsweise nicht Riecher, sondern im Prinzip bewusst eben, ja, Gucker auch immer, kann man das in irgendeiner Weise an der Börse anwenden, das werde ich dann nochmal detailliert an einzelnen Beispielen zeigen. Wie gesagt, heute mal eine kurze, lustige Geschichte, liegt auch ein bisschen daran, dass letzte Woche ist hier unser Trading Camp zu Ende gegangen, ne, deswegen hatte ich auch nicht so viel Zeit, da was viel vorzubereiten. Hinweis, nochmal zuletzt am Ende, ne, Hedging-Seminar haben wir dann im Juni, also nach dem Trading Camp bis vor dem Trading Camp, das zwölfte Trading Camp bis zu Ende, war klasse, waren viele Teilnehmer, Hedging halte ich für extrem wichtig, das sehen wir ja auch gerade wieder, diese Korrekturen am Aktienmarkt waren ja doch ziemlich heftig und da sehen wir immer, wie wichtig Hedging ist, ne, also hätte ich meine Hedge-Position nicht im Markt, vor allem meine, meine Bear Traps, ne, also meine Condors, die, sagen wir mal so 5% unter dem Markt lagen, hätte ich die nicht im Depot, wäre das ziemlich gruselig gewesen, ne, und dann irgendwelche Wichs-Geschichten, ne, die man sozusagen dann auch als Black Swan-Hedge, gut, die greifen natürlich noch nicht, waren Black Swan, war es im Prinzip nicht, ne, man kann sich natürlich noch weiterentwickeln, aber das ist extrem wichtig, nochmal von Erfahrung, aktuellen Situationen, dieses Hedging zu lernen. Okay, jetzt kommen von euch noch ein paar Anmerkungen, der neuen Nutzer nicht mehr, warum wohl, genau, also das ist immer das Problem, ne, also der Ausblick war nicht so ganz klar, das ist für mich auch sehr schwer einzuschätzen, ne, kommt hier noch eine Anmerkung, lass es den Affen machen, ne, genau, das berühmte Beispiel, das war, ich glaube, das war Brasilien oder Argentinien, wo, ich glaube Brasilien, wo ein Affe dann tatsächlich dann diese Aktienselektion vorgenommen hatte und das Interessante war bei diesem ganzen Versuch, ich meine, es war jedem klar, dass, also erstmal war es nicht schlecht, ne, es war in etwa wieder im Markt, aber interessanterweise war das, weil das eine Zeit lang auch immer publiziert worden ist, bei diesem Affenversuch war es tatsächlich dann so, dass einige Leute das nachgetretet hatten, also der entwickelte auch so einen Guru-Status, ne, der Mensch möchte wohl ganz gerne, sei es ein Affe oder eine Gruppe von älteren Ladies, ähm, jemand haben, der sozusagen den Holy Grail gefunden hat und hier eine supertolle Selektion vornimmt, ne, also das war auch krass, ne, dass viele Leute diesen Affen nachgetretet hatten, das war so ähnlich wie am neuen Markt, als ich zurück nach Deutschland kam, da gab es ja auch diese Sendung, wo die Leute sich schon vorher mit den Aktien eingedeckt hatten am Freitag und dann am Wochenende die Empfehlung gegeben hatten, ne, also das war, da haben also tatsächlich auch bei diesem Affenthema die Leute, die da, keine Ahnung, im Zoo oder wo auch immer da angestellt waren und diese Werte kannten, ne, die haben sich dann ganz schnell mit eingedeckt und dann wurde es dann in einer Wochenendausgabe publiziert, ne, ich weiß nicht, ob es Argentinien oder, ja genau, das war damals Dreisat, ne, die berühmte Dreisatbörse, wo diese ganzen Ganoven auftraten, ne, die teilweise heute auch noch aktiv sind und denselben Gammel machen, ähm, also das, äh, war der Klassiker damals. Okay, dann würde ich sagen, das reicht heute, heute kurz und schmerzlos, ich finde diese, diese Geschichte sehr interessant und nicht, weil ich da jetzt eigentlich, ähm, Finger drauf zeige und das lustig finde, dass nicht darum ging es mir gar nicht, wie ihr gesehen habt, sondern ich finde durchaus den Ansatz, den diese Damen gemacht haben, äh, durchaus vernünftig, natürlich hier die buchhalterische Problematik und dieses Google-Thema kommt ja von den anderen letztendlich, ähm, natürlich, das ist problematisch, aber die Idee selber finde ich sehr interessant. Okay, dann wünsche ich euch eine erfolgreiche Restwoche, auch gute Trades natürlich und dann, ja, hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder. Okay, ciao und Gruß aus der Karibik. Okay, ciao und Gruß aus der Karibik.